Lauf! Lauf! Unser größter Wunsch Zusammen mit dem Transalpine Laufen Dass man solche Sachen im Team schaffen kann Weil ich fahre, weil ich le Fincher schaue To fulfill a dream in a race like this Lauf! Keiner von uns kommt hier zu tun, was wir immer noch zu tun Wir kommen hier zu weitermachen Wir kommen hier zu weitermachen Co-équipier ist die wichtigste Sache in dieser Kurse Es war eine wirklich riche Erfahrung, mit sehr starken Erfahrungen Man weiss wirklich nicht, auf was man sich einlässt Irgendwann kommt man auch an seine Grenzen Es ist wirklich schwer Jetzt kann ich mich nicht daran erinnern wie es sich nicht zu haben Wenn man jetzt keine Schmerzen hat würde man nicht mehr leben Es ist eine wahnsinnige Anstrengung ohne Grenzerfahrung Ich habe nie etwas wie das gesehen Ich konnte, ich konnte, aber auf jeden Fall ich wollte fleißen Ich kämpfte mit mir mit mir mit den Emotionen mit Arme Ein Rennen wie die Transalpine Run will show you what kind of person you are mit dem Stattel Miss 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 Miss